Die Zeit hat gar kein Gefühl für Timing, das heißt also, ähm, ja, die Uhr müssen wir irgendwie wieder beschleunigen können hier, ich weiß noch nicht genau wie. Am besten manipulieren, oder? Die Uhr kann jetzt jeden Augenblick die volle Stunde schlagen. Jeden Augenblick. Jeden Augenblick kann die Uhr die volle Stunde schlagen. Aber ich denke, das passiert nicht ohne unser Zutun, oder? Das heißt, wir müssen ein bisschen zutun. Das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Puff, puff, wow. Aua. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur volle Stunde. Und mitten auf die zwölf. Zeit für dein Auftritt, Galef. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an, sonst gewinnst immer du beim Schnicksack-Schnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Pups holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das ist heute so. Rufus? Was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. So, Rufus. Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Ähm, warte mal. Aber Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Na ja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na, was soll's. Wow. Iiiiih. Die Nasenhaare. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Gut. Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist... was? Äh, kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Wiebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Die Wold hat nicht mal ein Implantat. Aber... die Fernbedienung. Hm. Wow. Okay. Ach, du dicker Vater. Das hieße ja... Das hieße ja... Rufus. Was hast du schon mit Kalef gemacht? Und mit Leibold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Ich... Hey! Goal! Was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Hä? Hä? Was für eine Änderung? Ja. Es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon. Was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Kletus finden will. Kletus? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir kriegst. Mach es gut, Heidenbaby. Aber... Moment. Ja, aber... Kletus ist doch ein Schnösel. Aber Kletus ist ein Schnösel. Kletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin tausendmal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Kletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Na toll, aber was ist mit deiner Operation? Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. Hm, aber... Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawall-Goal und Baby-Goal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Aber... Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst. Weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Na toll, aber... Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach der Ponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum die Ponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel. Ein Raumschiff, um Deponia ein für allemal hinter sich zu lassen. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist... Was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Na toll. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz, es ist nicht Deponia. Na toll, und jetzt? Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Die sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Okay. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung ablasen. Aber das war die naive Gruß. Na toll. Okay. Ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber ich verstehe es immer noch nicht. Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Nicht, wenn du es besser erklären würdest. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Aha. Okay. Ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium. Und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia. Wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Hm. Dann nimm mich mit nach Utopia. Und die Sprengung Deponias zulassen? Das willst du doch nicht wirklich, Rufus. Es steckt zu viel Gutes in dir. Die wenigsten sehen das. Aber du könntest niemals so skrupellos sein. Und wenn doch, was unterscheidet dich dann noch von Plitis? Ach. Ich pfeife auf Deponia. Hauptsache, ich bin bei dir. Das nehme ich dir nicht ab. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt. Deponia zu retten wäre das Ausführ-Elysium. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllheide von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Dann wird es halt etwas Arbeit. Na und? Ich habe mich entschieden, Rufus. Es tut mir leid. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir. Ich kriege das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Das ist eine tolle Freundin. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los. Dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Na toll, es gibt immer einen Ausweg. Das glaube ich irgendwie nicht. Wusch! Ach. Ah, da bist du ja. Bereit zur Jagd? Ähm, Janosch. Wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würd auch gern an Wordersterbronn kämpfen. Scheide an Scheide. Wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin. Aber leider ist das unmöglich. Ich hab meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nie groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du, darum werde ich ebenfalls nach Porta Wischko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Passage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Bäh. Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Janosch, wenn du in Porta Wischko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeigommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Näh. Oder das. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Porta Fisco. Also sollten wir da hin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Mein Danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also meinetwegen können wir auch zur Poolkappe fahren. Hauptsache ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Genug. Ähm, Rufus. Das ist nicht die Navigation. Das ist mein Urhaar-Entferner. Äh. Hm. Aha. So, was haben wir hier? Fragezeichen. Was ist das eigentlich alles? D-d-din. Porta Fisco. Fragezeichen. Schwimmender Schwarzmarkt. Das sind wir jetzt. Ach, das ist alles Festland, oder was? Da können wir überall nicht hinfahren. Wir können nach Porta Fisco zum Fragezeichen oder zum Fragezeichen. Und was ist das? So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Bruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. So, hier blitzt es und gewittert es aber ganz schön. Was ist denn das? Das Dieselgenerator. Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser brucht. Moment mal. Das Dieselöl leckt ja aus dem Ausbruch des Generators. Verblüffend. Ein geschlossenes Abwassersystem. Hm. Hm. So, wo ist Goal nun hin? Da oben rein. Okay. Pumpe haben wir hier. Da haben wir ein Plateau. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder vom Blitz getroffen zu werden. Hm. Das letztere möchte ich aber nicht sehen. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Top damit. Eingesackt. Gut, was haben wir hier noch? Das heißt, ein Turm. Funkmast. Der Funkmast scheint das Gewitter zu verspotten. Und das scheint das Gewitter nur noch wütender zu machen. So ein Trottelgewitter. So ein Trottelgewitter. Dann wollen wir mal. Jetzt klettert der da hoch. Wow. Ruf, du bist schwarz. Aua. Okay. Das ist eine Pumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Na super. Ist ja keine tolle Aussicht hier. Was macht Goal eigentlich da? So ist die mitgekommen. Hey Goal. Alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge. Gehört alles zum Planen. Ach so, das ist im Prinzip wieder diese Krawall-Goal. Okay, ganz schön gewittrig hier, was? Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit von einem Blitz getroffen zu werden ist etwa so hoch wie die im Lotto zu gewinnen. Ha, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Haha, stimmt. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Äh, also die Dinger hier, äh, die sind ziemlich lose. Und die, äh, Elektroschuhe sind senklich. Und haben an der Elektroschlaufe einen Elektro-Doppelknoten. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Und ich dachte immer, du kannst Dinge nur kaputt machen. Und ich dachte immer, von da oben müsste man einen guten Überblick haben. Hm. Okay. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach, du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern. Oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Hm, 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 hm. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja, warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die... Ufus? Moment mal. Naiv? Kübelwasser? Äh, Regenschirm. Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Kenn ich nicht im Traum drauf. Gut so. Ne, Moment. Nicht im Traum, aber im Wachenzustand? Zu spät. Mist. Okay. Er will also Goal als Blitzableiter. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Nehmen. Hm, Fernbedienung. Das ist doch die von Goal, oder? Bum. Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle. Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Bum, 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 Baby Goal. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ganz schön gewittlig hier, was? Oh ja, ich schaff's, das nur so ruhig zu bleiben. Wenn du erst dreimal hintereinander in dieselbe Steckdose gefasst hast, dann weißt du noch, wie du Sätze angefangen hast, selbst wenn du schnubbeldiwubbeldiwupp. Ich kann noch so viel von dir lernen. Wubbeldi-Schnupp? Wubbeldi-Schnuppdi-Wubbeldiwubbel. Ich lege dir bloß diesen Funkmast repariert. Oh je, damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universalgenie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schaue dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Hm, genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Super. Schritt 1. Rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Oh Mann. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Oh je. Hoffentlich kann Doc ihn reparieren. Wieso denn jetzt, Doc? Ich bin auch ein Bastler. Ach. Hihi. Hat dich glatt vergessen. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Oh nein. Du armer. Warum trifft das Unglück immer die Besten? Eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Aber alles, was mir dazu einfällt, sind ein paar dumme Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Und die kennst du ja bestimmt, so klub wie du bist. Okay. 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 Okay.